Danke vielmals, geschätzte Damen und Herren, es ist eigentlich eine doppelte Freude, die ich habe, wenn ich hierherkomme. Geschätzte Damen und Herren hier im Saal und vor den Bildschirmen. Die erste, dass ich tatsächlich auf dem Heimweg bin. Eine solche Veranstaltung habe ich am liebsten. Und der zweite Grund, das ist der wichtiger, dass ich langsam wieder über ein anderes Thema reden kann als Covid. Ich glaube, das geht es allen gleich. Umso freudiger bin ich hier und das Thema ist ja aktuell. Ich glaube, das brauche ich einem Publikum hier, das wahrscheinlich weitestgehend aus dem Raum aus der Region Dünnersee kommt, nicht zu sagen und nicht zu erinnern an die Wetterverhältnisse, die wir in den letzten Wochen hatten und dass wir die Füsse im Wasser hatten, hier im Quatt. Und dass wir zum Glück nur die Füsse im Wasser hatten, weil das Wassermanagementsystem vom Kanton Bern funktioniert hat, gestützt auf die Fahrungen und das, was wir gemacht haben nach dem Hochwasser 2.5 und dem, was später gekommen ist. Wir haben reagiert und wir sind vor Schäden und vor allem vor Personenschäden zum Glück verschont geblieben. Und so wollen wir auch weiterfahren, gerade beim Thema Energie, gerade beim Thema Mobilität. Und aktuell ist in diesem Zusammenhang eben auch nicht nur das, was wir als Wetter hier erlebt haben im Kanton Bern, hier am Dünnersee, sondern auch das, was der Weltklimarat festgestellt hat, und jetzt brauche ich die Folie, festgestellt hat in seinem Bericht. Und er hat die grosse Sorge, dass die Schutzmassnahmen weiterhin die Treibhausgasemissionen rapid zunehmen und damit auch solche Wettergabriolen und Schadenereignisse zunehmen. Und auch solche Ereignisse kommen, die wir heute noch für unwahrscheinlich halten. Das war nämlich genau das, was in Deutschland passiert ist. Man hat nicht geglaubt, dass es so kommen könnte. Dass wir zum Beispiel den Kipppunkten erreichen könnten, die mehr Zirkulationen ändern, die die regionalen Klimaregime verändern. Und der IPCC-Bericht zeigt auch, was man machen muss, dass es eben nicht so weit kommt. Und das ist, geschätzte Damen und Herren, ganz einfach, das ist konsequent der Klimaschutz. Und Klimaschutz heisst in erster Linie eine Reduktion der Treibhausgasemissionen. Mit dieser Reduktion können wir viel verhindern, von dem, was niemand will, sicher nicht will. Und es ist auch klar, dass wir mehr müssen machen. Wir müssen mehr machen. Und was spielt, und jetzt komme ich auf das Thema, was spielt der Verkehr für eine Rolle? Bei dem, was wir eben sollten machen, müssen machen und zum Teil zum Glück auch schon machen. Also wir sehen, dass der Verkehr nach wie vor um zunehmend rund 36% vom Gesamtenergieverbrauch ausmacht und 38% der Treibhausgasemissionen ausmacht. Und mehr als 70% des CO2-Ausstoßes im Bereich Verkehr kommt durch motorisierte Individualverkehr. Und jetzt wissen wir alle, wir sind auch froh darum, dass Verkehrsmittel alle, dass die effizienter werden. Aber das Problem ist, dass der Effizienzgewinn, der wird gegen gerade wieder aufgefressen, durch die grössere Zahl von Fahrzeugen und damit durch die grössere Zahl von Fahrkilometern, die zurückgelegt werden. Gerade auch in der Freizeit. Die gute Nachricht, die Mobilitätswende, kommt. Die Hersteller, die haben reagiert. Und dann könnt ihr euch ein schönes Bild machen, wie ihr nachher durch die Ausstellung geht oder vielleicht schon gegangen seid. Sie setzen Termine noch für einen Ausstieg aus dem Geschäft mit dem Verbrenner. Und weltweit ist nicht nur die Autoindustrie, die reagiert, sondern es ist auch die Politik, die reagiert. Es sind Länder, es sind Städte, die beispielsweise ein Verbot schon erlassen haben für Neuwagen mit Verbrünnungsmotoren oder wo Einschränkungen festgelegt haben oder wo mindestens Diskussion zu solchen Fragen läuft. Also man sieht, die mobilität ist in Bewegung gekommen. Und gerade jetzt gibt es auch neue Möglichkeiten, die wir vielleicht noch nicht auf dem Radar hatten vor Covid. Oder kommen wir gleich noch auf das Thema, aber erwähnen etwas Positives. Wir wissen jetzt, wie Homeoffice geht. Oder wenn ihr euch vorstellt, dass in meiner Direktion 1200 Mitarbeitende von einem Tag aufeinander, mindestens 80% davon, von einem Tag aufeinander sind 80% von diesen 1200 ins Homeoffice geschickt worden. Das gilt für sämtliche andere Direktoren, das hat funktioniert. Und wir sind dran, das ist schon im Nachgang zu der Pandemieerkenntnis, der Regierung ist dran, eine neue Homeoffice-Regelung zu lassen, wo man flexibler ist. Wir lassen schon heute mehr zu und wir werden in Zukunft noch mehr zu lassen, wie wir gesehen haben, es funktioniert. Also eine solche Erkenntnis, die beflügeln einen solchen Schub. Und weitere Entwicklungen, die haben wir auf dem Radar, das sind technologische beispielsweise, wie automatisch ein autonomes Fahren, neue Konzepte von einer City-Logistik, Sharing-Konzepte, all das ist nicht nur auf dem Papier, das wird in verschiedenen Städten, in verschiedenen Regionen, Länder auch schon ausprobiert. Und man bekommt Erkenntnis dazu. Und das macht jetzt der Kanton Bern sonst noch. Die Regierung hat ihren Regierungsrichtlinien, die mit dem Titel Engagement 2030 zeigen, dass wir über die Amtszeit von vier Jahren aussehen, dass wir eben in die Zukunft schauen wollen und Visionen geben wollen. Wir haben dort festgeschrieben, dass wir uns der nachhaltigen Entwicklung verpflichten. Und jetzt runtergebrochen auf die Mobilität, heisst das Folgendes. Der Verkehr energieeffizient machen. Wir wollen mit möglichst wenig nicht erneuerbaren Energieträgern arbeiten. Und die Strategie von 2.8, die wir im Moment überarbeiten, sieht noch ein zusätzliches Fall vor. Wir haben im Moment drei, künftig gibt es vier. Und das ist ganz einfach. Vermeiden, verlagern, verträglich gestalten und neu eben auch noch vernetzen. Die Gesamtmobilitätsstrategie, die richten wir auf den Zeithorizont 20, 40 bis 50 aus. Das ist das eine. Das andere ist die Energiestrategie. Und das längerfristige und langfristige Ziel der kantonalen Energiestrategie, da schauen wir noch ein paar Jahre voraus. Aber das Ziel ist, dass die 2'000 Watt Gesellschaft maximal einen Tonnen CO2 verursacht. Und in dieser Energiestrategie oder angehängt an dieser sind Massnahmen. 19 von 43 Massnahmen, die betreffen ganz oder teilweise Mobilität. Das aktuelle Ziel ist, dass wir 10% mit alternativen Antrieben haben im Fahrzeugbestand vom Kanton Bern bis 2035. Und das Ziel, das wird 2023, also in zwei Jahren, wieder auf das Netto-Neu-Ziel vom Bundesrat anpasst. Wir haben auch den Anspruch als Regierung, dass die Kantonsverwaltung eine Vorbildfunktion übernimmt. Und wir haben darum eine Dekarbonisierungsstrategie bis 2035 festgelegt. Und das heisst, dass Gebäude und Fahrzeuge vom Kanton bis dann CO2-neutral betrieben werden sollen. Der Gesetzziel ist klar, der Energieverbrauch im Verkehr muss runter. Und die E-Mobilität ist ein wichtiger Pfeiler für ein solches Ziel zu erreichen. Das ist klar. Und wir wollen einerseits die Infrastruktur verbessern, auch die Infrastruktur für die Elektromobilität. Wir machen das schon heute mit Förderbeiträgen für die Ladeinfrastruktur bei KMU oder bei der Kantonsverwaltung. Öffentlicher Verkehr. Und der Ausbau von Ladeinfrastruktur, das ist eine wichtige, ich glaube, das brauche ich hier nicht länger zu erklären, das ist eine wichtige Grundvoraussetzung. Und man muss im Augenblick behalten, die Infrastruktur, dass die Hand in Hand geht, dass sich gleichermassen entwickelt mit der Verkaufszahl von Elektrofahrzeugen. Das ist das eine. Das andere, und darum trete ich hier gerne und mit Überzeugung auf, wir wollen auch, dass Informationen zu dem Thema E-Mobilität, dass die breiter für sich verbreiten und dass die auch verständlich sind. Und darum sind wir heute hier. Dazu gehört aber auch die Forschung. Die Fachhochschule, beispielsweise die Berner Fachhochschule, liefert einen wichtigen Beitrag. Informationen aber auch von Firmen oder von Gemeinden in Bezug auf ihre Fahrzeugflotte. Oder Informationen auch zu Branchen und Bereichen wie die Landwirtschaft. Also ihr seht, wir haben breit angelegt, haben wir den Fächer offen, die wir informieren wollen, verständlich machen, um was das geht, überzeugen und aufzuzeigen, dass emissionsfreie Fahrzeuge heute mit der Technologie, die wir heute schon haben, gute Fahrzeuge sind. Wir haben wichtige Schritte noch vorne im Kanton Bern. Ich denke beispielsweise an die Revision der Motorfahrzeugsteuer, wie sie der Grossen Ratsparlament im Juni beschlossen hat. Und diese Steuer, die sieht eine Abstufung vor, von mir aus sehr richtigerweise, eine Abstufung vor nach CO2-Ausstoss. Und das wird zur Ökologisierung der Fahrzeuge beitragen, da bin ich überzeugt. Und möglicherweise, wenn es zu einem Referendum kommt, könnt ihr dann als Stimmbürgerinnen und Stimmbürger zu dieser Frage auch noch abstimmen. Abstimmen könnt ihr ganz sicher am 26. September zum neuen Verfassungsartikel zum Klimaschutz. Der schliesst eine Lücke in der Berner Verfassung, weil es nicht nur darum geht, den Klimawandel zu vermeiden, so ist das Ziel bereits oder eine Aussage drinnen, sondern es geht um weitere Klimaschutzmassnahmen. Also dieser Artikel gibt der Politik, wie das Stimmvolk will, einen Auftrag. Und die Politik hat einen solchen Auftrag nachher ernsten. Und dann gibt es möglicherweise im nächsten Frühling oder Sommer eine nächste Abstimmung. Vielleicht auch nicht, das wäre der Wunsch- oder das Wunsch-Szenario für mich. Nämlich, wenn das Parlament das Energiegesetz, das jetzt in die Debatte kommt, entweder im September oder im November, wenn das Energiegesetz im Rat eine Mehrheit findet und auch kein Referendum ergriffen wird. Das Energiegesetz, das in Revision ist, wird ein wichtiger Pfeiler sein für genau solle Ziele. Und das Thema, das wir heute darüber reden, zu unterstützen, mit einer gesetzlichen Grundlage, wo wir nachher Massnahmen darauf aufbauen können. Ich hoffe, dass ihr an solchen Abstimmungen teilnehmt und dass ihr aus Überzeugung auch mit eurem Abstimmverhalten Beitrag leistet, dass wir vorwärts machen können in der Politik. Wir wollen euch mit der heutigen Veranstaltung Informationen geben. Wir wollen euch vielleicht auch ein bisschen motivieren, dass ihr ein schönes Fahrzeug, wie ihr hierher ausgestellt seht, den irgendwann bei einer nächsten Anschaffung in die Zeug zu fassen, vielleicht auch zu kaufen. Und ihr könnt so selber euren CO2-Fussabdruck ohne Komforteibusse. Ich habe mich selber überzeugen lassen. Und ich habe mir auch von dem Kollegen Regierungsrat Schneck erklärt, der seit Längerem ein E-Mobil fährt und das täglich braucht, auf seinem Weg von Berner Jura in die Stadt, habe mich von ihm überzeugen, dass es funktioniert, dass es Komfort bietet und dass er auch Lademöglichkeiten hat und die Reichweite, die er braucht. So, und damit haben wir euch hoffentlich auf den Geschmack gebracht und noch ein bisschen aufzeigen, wo der Kanton steht. Ich freue mich jetzt auf die weiteren Beiträge und danke euch für die Aufmerksamkeit. Merci. Herzlichen Dank. Merci vielmals, Herr Regierungsrat. Wenn uns der Kollege Schneck schon eins hat, wieso habt ihr noch keins? Weil bei mir noch keine Anschaffungen bevorsteht. Aber im Hinterkopf, wisst ihr, ich bin nicht ein Mann, das sagt man mir manchmal schon ein bisschen nachher in der Politik von Schnellschüssen und überstürzten Entscheiden. Bei mir ist es schon lange am Motoren, am Elektromotoren da oben. Ich habe es auf dem Radar, das Thema. Ich habe schon eine Frage an euch hineinbekommen. Herzlichen Dank für die Fragen, die ihr uns schickt. Warum ist der Kanton Berner nicht ambitionierter? Warum nicht zum Beispiel bis 2030 50% E-Autos im Kanton? Wisst ihr, die Politik und gerade auch die Regierung, die in der Politik eine Rolle spielt, muss ich immer die Frage stellen, was ist wünschbar? Und das setzen wir als Vision, ich habe sie beschrieben. Und was ist zurzeit politisch machbar? Und wir haben die schmerzhafte Erfahrung gemacht vor zwei Jahren, dass ein Energiegesetz keine Mehrheiten gefunden hat in einer Abstimmung. und wir richten uns aus mit den nächsten Schritten auch an solchen Misserfolgen. Also ich habe lieber in kleinen Schritten ab und zu einen Erfolg, als dass ich grosse Worte mache, grosse Ziele setze. Und grosseartige Schritte. Genau, wenn ich am Thunersee bin, sage ich Schiffbrücherchen. Gut, herzlichen Dank für den Moment. Ihr könnt gerne schon mal Platz nehmen und ein bisschen später diskutieren wir dann sehr gerne weiter. Jetzt haben wir die Sicht vom Kanton gehört.